Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute beginnen wir eine kleine Videoreihe über Atomunfälle. Wir schauen uns mal an, wie bewertet man eigentlich die Härte, den Schweregrad von Atomunfällen, wie kann sowas passieren, was waren so die größten Beispiele dafür und eben welche konkrete Skala verwenden wir denn international, um tatsächlich diesen Härtegrad einzuschätzen. Das ist natürlich ein dramatisches Thema, bei dem es auch um viele Todesfälle geht. Gleichzeitig ist es ein strittiges Thema der Energiewirtschaft, weil immer noch viele Leute behaupten, dass wir Atomenergie in Deutschland dringend brauchen, um unsere Versorgungssicherheit nachhaltig und sicher aufbauen zu können. Gleichzeitig gibt es auch noch jede Menge Atomkraftwerke international und auch in unseren Nachbarländern. Dazu gab es auch schon mal ein Video in meiner Reihe Energiewirtschaft einfach gemacht. Da kann man auch nochmal ein paar Sachen sich genauer anschauen. Aber kommen wir jetzt erstmal dahin zurück, wie funktioniert eigentlich ein Kernkraftwerk? Schlussendlich beginnt es da mit dem physikalischen Prozess der Kernspaltung, den ich hier nicht erklären werde. Ich bin kein Kernphysiker. Den kann man sich auch schon auf Wikipedia ganz gut und bildhaft anschauen. Durch die Spaltung von Atomkernen wird also dort Energie freigesetzt, die schlussendlich auch Wärme erzeugt. Und ab diesem Moment funktioniert ein Kernkraftwerk genauso wie jedes andere Wärmekraftwerk, also wie ein Kohlekraftwerk oder jedes beliebige andere. Die Wärme, die freigesetzt wird, erhitzt jetzt einen Wasserkreislauf. Dadurch wird praktisch Dampf entstehen. Der Dampf treibt wiederum Turbinen, richtig riesige Turbinen an. Diese Turbinen treiben dann wiederum Generatoren an und in dem Moment erzeugt dann dieser Generator den Strom. Und genauso funktioniert eben schlussendlich ein Kernkraftwerk. Wenn dabei etwas schief geht, wenn es Störfälle oder eben richtige Unfälle gibt oder auch an anderen Stellen Unfälle mit radioaktiven Mitteln, dann ist das nach der internationalen Skala INES ein radioaktiver Unfall, den wir uns jetzt genauer anschauen wollen. INES ist die International Nuclear and Radiological Event Scale und damit die Skala zur Bewertung von radioaktiven nuklearen Unfällen und Störfällen. Die wurde 1990 von der Internationalen Atomenergieorganisation und von der OECD eingeführt und hat leider Gottes vorher schon und auch seitdem einige relevante Eintragungen bekommen. Diese Skala hat acht Stufen. Die Null bedeutet praktisch, das ist einfach nur eine Abweichung ohne größere sicherheitstechnische Relevanz. Die Stufen 1 bis 3 sind praktisch Störfälle und die Stufen 4 bis 7 sind richtig schwere Unfälle. Die Abstufung bedeutet jeweils einen um zehnmal höheren Härtegrad und Schweregrad des Unfalls, sodass man also sagen kann, von Stufe 2 auf Stufe 3 ist es ein zehnmal so hoher Schaden, der angerichtet wurde. Und folgendermaßen ist diese Skala also aufgebaut. Die Null ist eine pure Abweichung ohne größere sicherheitstechnische Relevanz. Die 1 ist eine Störung. Das ist dann praktisch eine ganz geringe Exposition mit radioaktiver Energie oder ein kleiner Einzelfall, der keine größere auch gesundheitlichen Auswirkungen mit sich bringt. Stufe 2 ist dann schon ein Störfall mit einer deutlich höheren Exposition mit radioaktiver Energie, die aber immer noch nicht zu einem Todesfall oder zu einem richtig, richtig schweren Krankheitsfall führt oder zum Beispiel auch eine fehlerhafte Transportverpackung, wenn es zum Beispiel auch im Bereich der Nuklearmedizin zu Transporten von radioaktiven Stoffen kommt. Stufe 3 ist dann ein ernster Störfall, bei dem es schon zu einer richtig hohen Strahlungsexposition kommt, die aber noch nicht tödlich ist, die aber tatsächlich dann schon deutliche gesundheitliche Einschränkungen für die betroffenen Menschen mit sich bringt. Das kann genauso gut aber auch zum Beispiel der Diebstahl von radioaktiven Stoffen sein. Und während das praktisch ein beinahe Unfall wäre, ist Stufe 4 jetzt schon der richtige radioaktive Unfall, bei dem es zu einem Todesfall kommt oder bei dem es zu einer Freisetzung von Nuklearenergie kommt, die zum Beispiel dann zu lokalen Lebensmittelkontrollen führt. Stufe 5 ist dann ein ernster Unfall mit über drei Todesfällen, bei dem es also auch eine ernsthafte Freisetzung von radioaktiver Strahlung gibt, die dann eben auch eine Auswirkung auf die Umgebung hat. Und ein sehr greifbares Beispiel, was auch noch halbwegs bekannt ist, ist Three Mile Island, was direkt zehn Kilometer vor Harrisburg in den USA 1979 passiert ist. Und Three Mile Island wird dann eben auch Thema eines weiteren separaten Videos in der Zukunft sein. Kommen wir jetzt zur Stufe 6. Das ist der schwere Unfall. Das bedeutet über 30 Todesfälle, eine richtig große Auswirkung auf die Umgebung. Und ein greifbares Beispiel dafür ist der Küschtimmunfall 1957 in der kerntechnischen Anlage Majak. Das ist weitestgehend unbekannt, aber mittlerweile auch von der russischen Regierung, die damals auch Sowjetunion war, zugegeben und veröffentlicht wurden, aber eben gar nicht so sehr bekannt. Das ist der einzige Vorfall auf dieser Stufe 6, auch wenn aktuelle Forschung auch unter anderem aus Deutschland sagt, auch dieser Küschtimmunfall müsste eigentlich auf Stufe 7 der schwersten Stufe sein. Da gab es richtig, richtig schwere Auswirkungen und sehr, sehr viele Todesfälle. Es gab ja mal, das habt ihr vielleicht mitbekommen, Anfang 2017 eine radioaktive Wolke. Die war jetzt nicht besonders krass, aber es gab eine, die auch über Europa ein bisschen gezogen ist. Und die kam aus Richtung Russland. Und kam, um ganz konkret zu sein, ziemlich sicher, und das weiß man mittlerweile auch wieder aus dieser kerntechnischen Anlage Majak, wo es wohl wieder einen ganz kleinen Unfall gab, der wohl aber trotzdem eine derartige Exposition von radioaktiven Stoffen ja freigesetzt hat. Und das wird auch sicherlich nochmal Thema eines weiteren Videos sein. Schaltet da einfach wieder ein. Und kommen wir schlussendlich zu Stufe 7, der schwersten Stufe in der INES-Skala. Das ist der katastrophale Unfall. Das bedeutet also wirklich unzählige Tote durch zum Beispiel einen Unfall in einer Kernkraftanlage. Und dafür gibt es zwei ganz klassische Beispiele, die jeder kennt. Das war 1986 natürlich Tschernobyl und das war 2011 Fukushima. Diese beiden Vorfälle sind bis heute zum Glück die einzigen auf Stufe 7, auch wenn, wie gesagt, der Küchtelunfall von Stufe 6 wohl eigentlich auch dort mit dazugehört. Natürlich werden sowohl Tschernobyl als auch Fukushima auch nochmal in einzelnen Videos genauer auseinandergenommen. Da müsst ihr einfach in Zukunft nochmal einschalten. Soweit also erstmal zu dieser INES-Skala, die die Einordnung und Bewertung von radioaktiven Störfällen und Unfällen möglich macht. Und wie gesagt, es wird dazu ein paar weitere Videos geben. Abonniert einfach diesen Kanal, dann könnt ihr euch das genau anschauen. Wenn euch das Video als solches gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr schon mal in die Kommentare, dann kann ich nämlich auch in den nächsten Videos darauf genauer eingehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.